Ja, als Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit ist Kirche in Not ein wichtiger Verbündeter und Verbündeter im Kampf für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, auf Glaubensfreiheit, auf ein freies Leben des Glaubens. Und ich schätze an Kirche in Not das Engagement für verfolgte Christen, aber weit darüber hinaus auch für andere religiöse Gruppen, die eingeschränkt sind.